Willkommen zurück im wunderschönen Rom, eine Größe von 9. Im Stadtrang haben wir hier mittlerweile bei Ara History Untold mit mir, Gaius Julius Cäsar. So ist es. Wir sind hier dabei mit mittlerweile 5 Städten, die wir uns eignen. Wir können mittlerweile eine 6. Stadt tatsächlich haben. Und wir haben davon abgesehen, einen neuen Siedler zu rekrutieren, da wir uns damit beschäftigt haben, hier vielleicht Krieg zu führen. Dementsprechend schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Erstmal eine neue Forschung. Blumen, Blumenfeld, die hängenden Gärten, bewässerter Bauernhof, der Wasserbrunnen. Kornspeicher haben wir schon, Reißkorn auch schon. Der Wasserbrunnen und die bewässerten Bauernhöfe hören sich aber, finde ich, sehr spannend an. Und jetzt, da wir Krieg führen wollen, holen wir uns jetzt den Belagerungskrieg auf jeden Fall noch in 6 Runden. So, und jetzt wollte ich mal schauen, wegen den Höfen, Hofupgrades, wie auch immer. Mähdrescher. Also, was sind jetzt die Sachen? Kann ich jetzt hier irgendwas, also direkt verbessern kann ich nicht. Aber ich kann doch vermutlich jetzt so eine Art Brunnen bauen, eventuell. Wasserbrunnen. Der gibt Stadtgesundheit und 100% Ernteproduktion auf Höfen und deren Upgrades in dieser Region. Ja, ja, genau. Also, das heißt, ein Wasserbrunnen macht jetzt natürlich da Sinn, wo wir auch mehrere Höfe haben. Das ist jetzt, man sieht hier leider nicht mehr, was welche Regionen spricht. Oder ist damit gemeint, das ist jetzt alles eine Region. Weil es wird halt leider nicht mehr in Regionen unterschieden irgendwie. Was ein bisschen schade ist. Also, ich weiß noch grob, oder ist diese Linie? Doch, die Linie ist schon als... Ah, doch, 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 doch. Man kann hier mit der Linie schon die Regionen erkennen. Okay. So, aber... Hier... Ist ja noch eine Getreideverbesserung mit Mais möglich. Hier wäre es natürlich auch echt optimal. Hier oben bauen wir aber halt auch schon was. Heißt, wir könnten aber hier machen, da haben wir immerhin zwei Verbesserungen mit Getreide und mit einem Hof. Ähm... Ja... Planen wir das mal hier vielleicht ein. In Kapur hatten wir einfach, glaube ich, kaum Höfe gebaut. Wenn es mich nicht täuscht. Ich sehe wenigstens ad hoc keine. In Antium. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mindestens einen Hof hier. Wir haben hier auf jeden Fall viele Gebiete, die uns sehr viel Nahrung bringen. Ähm... Habe ich hier was gebaut? Ah ja, Wohnung. Ach, das ist sogar der... Das ist sogar der... Ähm... Der Hauptstadtbezirk hier unten. Ja gut, dann machen wir da natürlich nichts. Ja, und woanders habe ich natürlich hier noch keine... Felder gebaut. Hier oben bauen wir das... Nutzen wir, glaube ich, das Getreide bald. Genau. Das heißt, wir könnten das höchstens dann noch dort einplanen mal. Den Wasserbrunnen, der uns noch mehr Gesundheit bringt. Und die Ernteproduktion eben erhöhen würde. Ja... Das reicht. Bei den restlichen Städten ist das, glaube ich, noch nicht notwendig. Okay. Wir haben einen Korb gefertigt. Zwei Körbe. Das muss ich mich nur ein bisschen erinnern, wo wir schon... Ich habe hier noch keine Wohnung gebaut. Ah, nee, ich habe den Mähdrescher aktiviert. Habe mich jetzt schon gewundert. Äh, hier Verbesserungen bitte. Doch, da haben wir schon eine Wohnung. Äh, dann nehmen wir den Korb hier natürlich. Schauen wir nochmal weiter. In Londinium wird die Wohnung erst gebaut. In einer Runde haben wir in Rom keine Tuniken mehr. Ich habe aber quasi alle... Wohnungen hier schon unter Kontrolle. Kapur. Die Wohnung wird gebaut. Da ist eine Wohnung noch mit einem Korb verfügbar. Sehr schön. Spezialisten sind hoffentlich beide aktiv. Jawohl. Ähm, und in Antium. Da fehlt uns jetzt wieder ein Korb. Okay, also. Antium braucht auf jeden Fall noch einen Korb. Ui, wir haben hier oben auch nochmal einiges entdeckt. Sehr schön. Bauernhof wurde abgeschlossen. Eine Einheit ist untätig. Ach, genau. Die sollte das jetzt erkunden. Demnach müssten wir doch jetzt Handel treiben können. Was? Die diplomatische Allianz hat Belgien abgelehnt. Trotz deiner Freundschaft und anderer Beziehungen lehnen sie das Bündnis ab. Mit deiner Begründung, dass deine Truppen keine große Bedrohung für eure gemeinsamen Feinde darstellen. Sie ziehen es vor sich vor, erst allein wach wachsen zu lassen. Ah, okay, weil wir nicht so viele Truppen haben. Das können wir erst in neun Runden wieder fragen. Okay, Forschungsabkommen haben wir. Es bedarf einer Route zwischen den Städten, die nicht durch Gelände oder Nationen blockiert wird. Und bei Seeweg beide Nationen docks. Aber wir haben doch jetzt einen Landweg. Da ist Pittsburgh und... Lass mich mal kurz gucken. Straße. Geht das wirklich nicht? Kein gültiger Weg. Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt verstehe ich das. Die Region hier ist unpassierbar. Oh, das ist aber auch ärgerlich. Also, das ist jetzt erstmal ärgerlich. Für uns ist es erstmal gut, weil das heißt, unsere Ostgrenze ist damit abgesichert, bis halt mögliche Seeangriffe kommen. Aber das bedeutet wiederum, Docks wären gut. Aber erst, wenn natürlich auch Belgier Docks bauen, weil wir wollen natürlich mit den Belgien handeln. Na gut, dann war das jetzt umsonst. Aber jetzt wissen wir es wenigstens. Jetzt habe ich es verstanden. So. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Achso, nee. Ich bin nicht verwirrt. Ich habe kurz gedacht, wir haben jetzt hier ein neues Bataillon, was nur zur Hälfte fertig ist. Nee, nee. Das ist ja unser Kampfbataillon, was endlich in die Heimat zurückgekehrt ist. Die glorreiche Legion. Wobei es noch keine Legion ist. Es wird aber bald Legionen geben. Aber dieses Bataillon können wir, denke ich, für das erste noch behalten. Allerdings, den Omer, den hätte ich eigentlich schon längst umändern sollen. Der wird jetzt entfernt, wenn ich das richtig sehe. Schauen wir mal. Ja. In der nächsten Runde kann ich mal ein Meisterwerk mit Homer fertigen. So, erholen die sich jetzt einfach langsam? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wir sind auf jeden Fall auf Stufe 2. Beim Warten regenerieren sie sich. Ja, okay. Wartet mal. So, die Sperrkämpfer sind immer noch untätig. Die befestige ich einfach jetzt mal. Wir haben noch eine Veranstaltung. Die göttliche Fensternis. Ein Abgesandter, das von Thailand trifft ein. Wie in unseren heiligen Büchern vorhergesagt, steht uns eine Sonnenfensternis bevor. Wir müssen beten, um großes Unheil zu vermeiden. Wirst du gemeinsam mit uns vor der Ankunft des großen Schattenshallen für Gebete und Anbetungen bauen? Verschränken wir unsere Hände zum Gebet. Ja, Religionsverbreitung ist gut. Wir haben ja schon eine Religion. Und ja gut, das verbessert halt jetzt erstmal die Beziehungen. Eigentlich wollen wir einen Krieg vom Zaun brechen. Wobei die Religionsverbreitung für uns grundsätzlich auch Vorteile mit sich bringt. Die Zufriedenheit aber auch nochmal wichtig ist. Wir werden keinen Sinn mehr suchen. Wir sind auf einem kriegerischen Pfad mit Thailand langfristig. Wobei wir halt nur eine Stadt erobern können. Und da wäre halt natürlich die Stadt, die schon unsere Religion hat, vermutlich am sinnvollsten. Was gibt es eigentlich für Krieg? Ah, Kriegserklärung kostet uns Prestige. Was ist das hier? Zerstöre die feindliche Nation. Das kostet uns erstmal sehr viel Prestige. Und wenn wir gewinnen, bekommen wir dann Prestige? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ah, Expansionskrieg. Eingliedern oder vollkommen zerstören die Zielstadt. Ah, jetzt können wir sagen Samut Ponga oder Bangkok. Ah, und dann haben wir auch 25 bis 55 Runden Zeit. Okay. Ah, das ist was anderes als das Scharmützel, was wir bisher hatten. Ich störe die Pläne einer anderen Nation. Den Krieg hatten wir bisher. Wenn man gewinnt, kann man hier auch noch mehr Prestige bekommen quasi. Ach, und wahrscheinlich nur wenn man verliert, verliert man auch Prestige. Heiliger Krieg erobere die konvertierte Zielstadt. Aber dann ist für uns ein Expansionskrieg trotzdem besser grundsätzlich. Aber natürlich jetzt noch nicht. Wir sind noch nicht bereit. So, weiter geht's. Fertigung hier wurde abgeschlossen. Genau. Ja, Rom sieht ja nach wie vor sehr gut aus. Was haben wir denn jetzt? Nahrung brauchen wir nicht. Wachstum ist glaube ich auch gerade nicht ganz so relevant. Und Zufriedenheit auf keinen Fall. Haben wir noch irgendwas anderes? Oh, die Gesundheit. Ich glaube eine Kräuterarznei für die Gesundheit wäre nicht schlecht. Hm. Weil ganz im Ernst, Steuereinnahmen, Wohlstand. Also wenn der Wohlstand auf mindestens 50 ist, ist alles gut. Aber mehr Gold brauche ich aktuell eigentlich nicht unbedingt. Und durch die Gesundheit bekommen wir einfach nochmal viel mehr Stadtwachstum. Das lohnt sich meiner Ansicht tatsächlich mehr. 745, 899, also es bringt nochmal auf jeden Fall einiges. Der Boost. So, wir haben verschiedene Sachen wieder hergestellt. Möbel vor allem auch. Das bedeutet natürlich, können hier die Wohnungen nochmal verbessern. Das war es aber. Okay. So. Wir haben einen Keramiktopf gefunden. Ah ja, die Beziehungen mit Thailand sind unsympathisch geworden. Das glaube ich gerne. Mein Bataillon heilt sich weiter. Getreidebonus in Kapur wurde wieder aktiviert. Fantastisch. Ist das auch wieder alles aktiv. Ich wünschte man hätte so eine Einstellung. Das einem angezeigt wird, wenn eine Annehmigkeit nicht genutzt wird. Das fände ich eigentlich ganz schön. So, hier oben werden wir natürlich noch weiter Gebiete erkunden. Und ja, dann können wir auch schon in den nächsten Zug gehen. Hatte ich ja jetzt eigentlich mit Rom... Ah ja, genau. Da habe ich meine Armeenauftrag gegeben. Dann möchte ich den Wasserbrunnen noch bauen. Ja, das sind wir doch grundsätzlich mal auf einem Trier-Hemel. Reiter. Ja, das Thema Reiter. Ich habe doch jetzt... Habe ich hier irgendwo... Wo waren denn die Pferde? Hatte ich überhaupt Pferde? Hatte ich keine? Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ich verwechsel den Spielstand manchmal mit dem Live-Spielstand. Den ihr regelmäßig bei mir auf Twitch sehen könnt. Da spiele ich mit Otto von Bismarck und den Deutschen. Hier hätten wir Pferde. Da ist aber noch ein Wolf. Wir haben doch einen Sperrkämpfer. So. Du wirst mal diesen Wolf erledigen. Dann können wir nämlich endlich auch die Pferde hier nutzen. Aber ich dachte, wir hatten noch... Irgendwo... Pferde. Die wir verwenden auch. Wir haben Kühe. Aber sonst... Hier auch nochmal Kühe. Und hier oben... Doch, hier. Ach, richtig. Hier waren die Pferde. Aber ich meine, Doppelpferde schadet es sicherlich nicht. Genau, da wollte ich erst ein Altar fertig bauen, bevor dann das kommt. Den könnten wir jetzt aber mal beschleunigen. Ja, wir haben so viel Gold. 273. Das beschleunigen wir mal. So, Getreidelager wurde gebaut. Pökelfleisch. Das haben wir gesehen, oder? Genau. Bau der Verbesserung. Der Hof ist abgeschlossen. Ja, ihr müsst euch weiter... Ihr müsst weiter warten. Oh, die heilen aber sehr schnell. Jetzt tatsächlich. So. Arznei-Bonus wurde aktiviert. Grenzabkommen wurden aktualisiert. Was? Geschlossene Grenzen? Wieso das? Ihr habt keine Landverbindung. Bau eine Straße zwischen den Stritten. Straße bauen. Geht das jetzt denn plötzlich? Ne, oder? Immer noch nicht. Ne. Hab ich mir fast gedacht. Aber wieso verschlechtern sie jetzt die Beziehungen mit uns? Grenzen verwalten. Offene Grenzen. Ja, ich mein, einfach nur für die guten Beziehungen. Ich will ja... Ich will ja hier durchlaufen. Richtig. Da wäre das schon ganz gut. Gut. So. In anderen Städten. Weitere Möbel haben wir ja nicht. Hier haben wir auch schon alles verbessert. Das Sägewerk können wir noch verbessern. So, wie sieht es hier aus? Ich glaube, ich produziere auch aktuell keine... Sag mal, Baudersatz hat das hier wirklich 21 Runden. Äh, das müssen wir ändern. Strategie-Kodex. Stadtsicherheit. Ja. Ja, ich mache einfach mal einen Strategie-Kodex. Wir haben scheinbar Papier, woher auch immer. Und wir können auch ein bisschen Holz dafür verwenden. Aber sicher kein Vermögen. Hä. Weg mit dem Schmuck. Das funktioniert so nicht. Danach machen wir mal wieder ein paar Gesetzbücher. Die können wir auch schön mit Holz, Materialien und Nahrung produzieren. So, aber ich wollte ja eigentlich gucken... Thema Körbe. Der Weber braucht noch ein bisschen. Da können wir dann nämlich, glaube ich, Körbe auch direkt einfach produzieren. In der Werkstatt werden jetzt aktuell hier noch Möbel produziert. Ich meine, die Möbel brauche ich auch, aber danach kann ich mal wieder ein paar Körbe produzieren, denke ich. Und danach Metallwerkzeuge, würde ich vorschlagen. Dass das hier schon mal ein bisschen in Planung ist. Und dann machen wir mal noch ein Möbelstück. Und dann machen wir hier auch mal zwei Metallwerkzeuge. Ja, die könnten wir halt mit Metallbaren beschleunigen. Bekommen wir so viele Metallbaren? Die brauchen wir halt auch für unsere Armee. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Wir können aber fünf Materialien auf jeden Fall nutzen. Und der Rest geht noch nicht. Ja, aber dann dauert es vier Runden. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Und wir können hier auch mal... Ich weiß gar nicht, für was wir die brauchen. Für Wohnungen. Große Feuerstellen. Also auch Metalltöpfe wären sinnvoll. Das ist ziemlich teuer. Oder wir nehmen auch hier wieder Metallbaren. Aber gut, dann gebe ich das Geld tatsächlich dafür mal aus. Die Metalltöpfe scheinen sinnvoll zu sein. Ja, Möbel produzieren wir dann später. Das passt schon so. Okay, Bau des Altars ist abgeschlossen. Genau, in Antium. Und da wollte ich jetzt ja den Pferdehof. Den werde ich auch nochmal beschleunigen. Dann ist der in einer Runde fertig. So, dann haben wir natürlich noch Homer. Und er ist jetzt natürlich auch verfügbar. Aber, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo ich ihn am besten hinpacke. Musik, Meisterwerk, Erstellung. Ist auf jeden Fall kompetent dafür. Wie lange dauert das? Kriegen wir dann eine Info. Meisterwerk wird erstellt. Wir machen das jetzt einfach mal hier auf dem neu erstellten Altar. So, unsere Einheit ist wieder bei voller Stärke, wenn ich das sehe. Ich überlege gerade, wo wir am schnellsten dann dorthin marschieren könnten. Das Problem ist, wir werden halt auch in Antium Truppen brauchen zur Verteidigung. Das heißt, wir werden jetzt erstmal nach London gehen. Du hast erfolgreich die Mehrheit der Bevölkerung der Stadt Roy-et in Thailand zu deiner Religion konvertiert. Schön. Der Hellenismus breitet sich aus. So, die offenen Grenzen mit Belgien wurden tatsächlich abgelehnt. Und wir können jetzt halt in Pestum hier den Anspruch machen. Und wir wollten ja nicht mehr da oben hin, weil das haben wir. Aber wir wollten zu den Elefanten. Und uns, glaube ich, auch noch die Ziege holen, oder? Dann hätten wir hier Mais. Das ist natürlich keine wirklich gute Region. Für Londinium. Aber, ja, von Pekingum kommen wir dann zum Elefanten hin. Deswegen machen wir es jetzt erstmal so. Und dann muss einfach, oh, 23 Runden dauert mir ein bisschen lang. Aber wir haben gleich eine Wohnung, dass wir das auch nochmal beschleunigen. Können wir noch irgendwas direkt im Zentrum bauen, was dann da hilfreich wäre? Verschleunigtes Wachstum? Ich glaube, nicht direkt. Wir könnten natürlich gleich hinterher noch eine Wohnung bauen. Das erhöht halt die Produktion, den Wohnraum, aber nicht das Wachstum direkt. Nee, dann lasse ich das, glaube ich, mal. Dann lassen wir das mal. So, in Ansium haben wir dann gleich den Hof. Dann kommt noch eine Wohnung, der Wasserbrunnen. Der Wasserbrunnen ist natürlich nicht ganz so wichtig. Theoretisch auch die Wohnung noch nicht. Man könnte hier natürlich auch ein paar Truppen noch rekrutieren. Dass man dann selbst hier die Truppen hat. Speerkämpfer. Ich würde hier auch, glaube ich, Schwert- und Bogenschützen machen. Das ist wieder eine schöne Mischung. Wir haben dann zwar immer noch keine Kavallerie. Weil ich gerade am überlegen bin, was würde ich denn weglassen dann für eine Kavallerie? Kavallerie ist wiederum gut gegen Schwertkämpfer. Und mein Schwertkämpfer ist gut gegen Speerkämpfer. Das heißt, allerdings fehlt mir dann was gegen Kavallerie wiederum, oder? Mit den Reitern, das ist gar nicht so einfach. Extrem gültig gegen Infanterie und Fernkampf. Also klar, diese Reiter sind gegen Infanterie und gegen Fernkämpfer gut. Und die Schwertkämpfer sind besonders gut gegen Anti-Kavallerie. Es macht schon Sinn, glaube ich, einen Schwertkämpfer mit der Kavallerie zusammen zu machen. Heißt, wir werden den mal wegmachen. Dann machen wir hier einen Schwertkämpfer, einen Bogenschütz. Und dann kommt hier auch noch ein Reiter in der nächsten Runde. Denn jetzt haben wir hier Kavallerie. Ist das richtig? Na, wir haben, glaube ich, erst ein... Ne, zwei. Okay, das dauert jetzt zwei Runden noch, bis wir das haben. Wir könnten auch in einer Runde einen Streitwagen bauen. Ist der stärker? 14,2. Ja, ein Streitwagen wäre sogar besser. Dann plane ich hier auch noch einen Streitwagen ein. Und mit Gold können wir das ja auch alles noch ein bisschen beschleunigen. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall dann drei Bataillone. Was schon mal gar nicht so schlecht ist. Da baue ich jetzt so ein klassisches Bataillon in Rom. Und eigentlich kann ich in Rom dann auch nochmal... Äh... Ich sag mal dann... Ja, den Elefanten, sobald wir den haben. Oder noch einen Streitwagen. Und... Was kann ich denn mittlerweile schon für Truppen machen? Wir können noch keine Legion machen. Das kommt erst noch. Man kann aber ja natürlich eine Linie machen. Das heißt, nur aus Nahkämpfern bestehend. Heißt, wir könnten auch zweimal Kavallerie und noch einmal Schwertkämpfer machen. Dann machen wir noch einmal Schwertkämpfer und sparen dann auf zweimal vielleicht sogar Kavallerie. Als ein besonderer Trupp. Schauen wir mal. So. Wir haben Pekinum beansprucht. Das ist super. Ja, hier sollten wir nach der Wohnung auch noch irgendwas nutzen. Äh... Ich glaube der... Tja... Ziege... Wolle... Das wäre doch mal nicht schlecht, glaube ich. Einen entsprechenden Hof dort zu einzuplanen. Ja. So, das haben wir gemacht. Das haben wir alles gebaut oder hergestellt. Hier oben haben wir das Lager noch. Ein weiteres Lager gefunden. Ähm... Ach, die Beziehung ist wieder besser geworden. Okay. Interessant. Ich weiß nicht wieso. Bau dann in der Verbesserung Hof ist abgeschlossen. Altar. Und... Ah, der Weber. Den können wir bestimmt mit einem Rad verbessern. Wobei, ich weiß nicht, ob wir das Rad noch brauchen. Sehe ich irgendwo, wie viele Räder ich aktuell habe. Machen wir mal kurz leer. Ich sehe doch am schnellsten vermutlich... Hier im Inventar, wie viele Räder ich habe, oder? Sag bloß, das war mein einziges Rad. Sonst würde es mir hier angezeigt werden, oder? Gehe ich mal davon aus. Heißt... Wenn ich das jetzt hier wieder leer mache, müsste ich es jetzt im Inventar sehen können. Ja. Okay, das sparen wir uns für den Streitwagen. Das Rad. Ähm... Aber... Webstuhl... Ja, okay. Nee, mehr können wir noch nicht machen. So, wir müssen jetzt erstmal ein paar Stoffe machen. Mit Pelz. Ja, sicherlich nicht mit Vermögen. Aber es geht trotzdem recht schnell. Machen wir mal vier Stoffe. Weil danach können wir quasi das mit den Tuniken machen. Das müssen wir dann aber mit dem Stoff beschleunigen. Puh, ob ich da dran denken werde? Wahrscheinlich nicht. Deswegen machen wir es lieber so. Dann ist es nämlich in vier... Dann kriege ich in vier Runden eine Erinnerung. Und dann brauche ich erstmal ein paar Tuniken. Und danach... Äh... Machen wir hier auf jeden Fall Körbe. Läufer und Teppich. Drei Stadtsgesunder. Das ist ja nichts. Das ist ja wirklich nichts. Na gut. Äh... Ich muss mal wieder durchgucken kurz, ob alle Annehmlichkeiten aktiviert sind. Das sieht gut aus. In einer Runde ist irgendwo keine mehr übrig. Ah, wir können wieder einen Anspruch machen. Im Süden in Kapua. Äh... Ja, Holz könnte natürlich insgesamt noch schöner sein. Wir können immer noch nicht in diesen Süden gehen. Wir können allgemein hier in diesen Süden nicht weiter gehen. Ich glaube, wir haben so das Maximum der... Der einfach der Länge ausgereift. Weil wir hier in den Norden könnten. Ähm... Hat die Stadt noch selbst genügend Nahrung an sich? Naja, durch unsere Annehmlichkeiten. Aber da haben wir eigentlich genug. Dann nehme ich, denke ich, hier dieses Zentrum noch. Melita. Und danach können wir nochmal aufs Wasser oder so gehen. Aber Melita ist, glaube ich, noch ganz gut. Verbinden wir das mal miteinander. Und habe ich einen neuen Spezialisten? Yes. Mehr Gold ist jetzt nicht so viel wert. Handwerklich Verbesserung. Das ist ganz gut. Hier baue ich Schmuck. Gut. Und mache das aber nicht beschleunigt. Dann werden wir nur noch einen Schmuck herstellen. Gut. Dann haben wir das erledigt. Forschung ist abgeschlossen. So, was haben wir jetzt noch? Ah, wir wollten, glaube ich, noch die Münzprägung haben. Weil ich ja irgendwoher noch Wohlstand bekommen wollte. Gewänder, Gürtel, Webstuhl. Kriege ich den Web... Oh, den Webstuhl bekommt man wirklich nur mit Textilien. Sonst würde man den nicht bekommen. Hm. Okay. Was haben wir hier noch? Gourmet gerichtet. Das kann man auch später noch bekommen. Und das Gasthaus? Gasthaus bekommt man nur mit Gastfreundschaft. Was bringt einem das? Naja, ja. Fünf Wohlstand. Aber wir haben ja jetzt ein Gebäude, was uns auch Wohlstand bringt. Bietet einen leichten Wohlstandsboost. Kann Gourmet-Mahlzeiten herstellen. Ja gut, dann können wir natürlich auch niemals Gourmet... Doch, wir können dann Gourmet-Mahlzeiten wahrscheinlich in der Lebensmittel-Replikation herstellen. Deswegen ist Gastfreundschaft auch nicht so wichtig. Taxilien schon. Navigation wollten wir eh weglassen. Wobei, brauchen wir das für den Hafen irgendwie? Nö, ne? Nö. Aber wir machen jetzt erstmal die Münzprägung. Weil die Münzprägeanstalt doch ein Gebäude ist, was uns doch ordentlich Wohlstand bringt. So, wir haben diese Region beansprucht. Und Glückwunsch, du hast erfolgreich die Mehrheit der Bevölkerung von Thailand zu deiner Religion konvertiert. Wow. Das ist natürlich super. Ein Moment, hier können wir unsere Religionen verwalten. 56.000 Anhänger. Worte eines Pilgers haben wir hier schon. Überlagerungen anzeigen. Ah ja, hier sehen wir, dass es da sehr stark ist. Ah, und hier können wir wieder, wenn wir drüber herrschen, unstrukturiert und Hellenismus. Da sind wir auch auf dem besten Weg, das alles einfach zu konvertieren. Auch hier drüben sind wir, ne, Hellenen, Hellene Christentum, unstrukturiert, Römer Hellenismus. Okay, kann ich das einmal die globalen Religionen sehen? Oh, unser Römer Hellenismus hat 25%. Die Belgier mit ihren Wicca-Glauben 15%. Und dann gibt es auch noch die Hellene Christentum. Das ist eine andere Religion von einer unbekannten Religion. Äh, äh, ähm, das sieht aber auch irgendwie römisch aus. Konstantia? Konstantionopolis? Ah, sind das die Oströmer, die sich vor der Steinzeit von uns irgendwann mal getrennt haben? Ich weiß es nicht. Ähm, aber gut, das haben wir alles erledigt. Genau, hatten wir jetzt in Kapur nicht das... Ah ja, genau, hier muss ich was Neues wählen. Oh, wir brauchen dringendst, dringendst Gesundheit. Brot bringt uns Zehengesundheit. Ich brauche dringendst wieder Kräuterarzt. Nein, um ehrlich zu sein. Also ich nehme jetzt hier erstmal das Brot. Jetzt müssen wir mal gucken. Kräuter, äh, halt, das sehe ich doch am besten. Hier, Fertigungen. Ich habe eine Drogerie. Habe ich wirklich nur eine Drogerie gebaut? Scheint so. Ich brauche dringend mehr Drogerien. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Ich verbessere das aber auch nicht. Ah, weil es mich so viel Gold kostet, richtig? Wobei, drei Vermögen könnte man ausgeben. Langfristig. Aber ich brauche auf jeden Fall noch eine Drogerie irgendwo. Ähm. Ich werde mal hier unten noch eine Drogerie einplanen. Hier auf jeden Fall mal. Wir brauchen auch noch ein bisschen Holz. Ich baue schon hier ein Sägewerk. Aber das ist halt einfach unsere Holzregion. Deswegen kann ich hier auch einfach noch ein Sägewerk bauen. Äh, ohne Probleme. So. Ich würde vielleicht sogar gerne noch eine dritte Drogerie einplanen. Äh, wobei hier bräuchte ich fast eine Wohnung, oder? Vorher. Nein, nicht die Werkstatt. Wobei Werkstätten... Mehr Werkstätten wären auch gut, aber... Wohnung. Was war hier unser Hauptbezirk? War das unser Hauptbezirk? Glaub schon. Wirklich? War das der Hauptbezirk? Ich bin mir gerade nicht sicher. Alba Longa. Wohnung. Ja doch, ich habe hier schon eine Wohnung gebaut. Muss ja der Hauptbezirk gewesen sein. Dann planen wir hier noch eine weitere Wohnung ein. Und das Thema Drogerie noch, bitte. Drogerie. Äh, ja. Machen wir mal hier hin noch. Ich habe gerade gesehen, wir können auch Steinmauern bauen. Das wäre natürlich jetzt, wenn wir Krieg führen wollen. Gar nicht so schlecht. Durch die Forschung, oder? Stadtmauer. Boah, 23 Runden. Achso. Hä? Fordert eine Verbesserung in der Region, die eine Stadt gründen kann. Ja. Geht natürlich nur hier unten, logischerweise. Das da oben kann halt alles zerstört werden. Ähm. Naja, für die Wohnung haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir planen mal die Stadtmauer nach dem Bogen. Ah, wie war denn das jetzt? Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren. Ich baue hier noch einen Schwertkämpfer und einen Bogenschützen. Wollte ich hier dann, ich wollte hier noch den Streitwagen in Auftrag geben, korrekt. Genau. Genau. Wobei der dauert sieben Runden, macht das nicht. Vielleicht sind den eher in Rom zu bauen und dann hier einfach eine normale Kavallerie. Wir können übrigens auch mittlerweile bessere Bogenschützen bauen. Kann ich dann meine Einheiten upgraden? Das muss ich gleich mal gucken. Ah, für Reiter bräuchte ich tatsächlich mehr Kavallerie. Ich meine, ich könnte das auch einfach mit Gold beschleunigen. Dann geht das alles ein bisschen schneller. 36 Gold ist jetzt echt nicht viel. Aber Thema Bogenschütze. Ich kann einen besseren Bogenschützen verwenden. Der kostet mich einen Metallbarren. Das ist aber in Ordnung. Machen wir es mal erst in Streitwagen. So. Kann ich jetzt aber meinen Bogenschützen noch irgendwie... Ist zu spät. Den habe ich jetzt in der Reserve. Und den kann ich jetzt nicht mehr verbessern. Wie ist das in meinem Bataillon? Kann ich da jemanden upgraden? Modifikatoren? Nö. Das ist aber schon ein bisschen schade. Das heißt, ich kann meine Truppe nicht mehr verbessern, dass sich der Bogenschütze abgegradet wird. Weitere A, weitere Aktionen. Ah, nee. Befestigen. Warten bis geheilt. Auflösen. Das ist alles, was ich machen kann. Schade. Da muss man echt aufpassen. Dann hat sich der Bogenschütze auch direkt erledigt. Und wir machen gleich den besseren. Wieso steht hier Bogenschütze, Bogenschütze? Elf. Ja, der ist auf jeden Fall... Also der neue Bogenschütze ist natürlich zehnmal besser tatsächlich. Zehnmal besser. Wir bauen den Speerkämpfer. Dann haben wir den Bogenschütz und dann den Schwertkämpfer. Genau. Aber wollte ich nicht hier... Ich habe jetzt echt den Überblick verloren, wie viel ich hier schon in der Reserve habe. Ich habe zwei Schwertkämpfer und einen Bogenschützen. Hö? Habe ich das jetzt alles abgebrochen in Rom? Aus Versehen? Ne. Also zweimal Schwertkämpfer, einen Bogenschützen. Wir wollten ja Schwertkämpfer, Bogenschütze, Speerkämpfer. Dann sind die quasi erledigt. Dann ist der andere Schwertkämpfer für drüben. Das heißt, wir haben hier den Bogenschützen und den Schwertkämpfer. Und hier wollten wir dann noch einfach eine Kavallerie machen. Das geht dann aber erst in zwei Runden noch. Genau. So. Wo produziere ich nochmal meine Metallbarren? Das war, glaube ich, hier. Das wäre mal noch wichtig, für das Erste zu verbessern. Wir brauchen dringend mehr Metallbarren. Ah, Speerkämpfer hat bei der Jagd auf den Wolf Gesundheit verloren. Aber das bedeutet, wir können hier für mehr Pferde sorgen. Was natürlich fantastisch ist. So, wo ist der Hof? Hier ist der Hof. Dauert zwei Runden. Ja. Das läuft. Gut. Festmahl in Kapur verbraucht. Ja, das sieht alles gut aus. Und unsere Einheit da oben darf hier noch weitergehen. Ja, und die Einheit ist jetzt aktuell untätig. Sie sind in Londinium angekommen. Oh, die haben sich echt den Elefanten geschnappt. Diese Schwertkämpfer. Gut, dass wir genau diese Stadt erobern werden. Jetzt haben wir quasi den Kriegsgrund. Der Kriegsgrund ist kein Elefant. Unfassbar. Ja, unser Bataillon ist jetzt natürlich schon ziemlich veraltet, muss man einfach so sagen. Das ist ein bisschen traurig. Können wir mal kurz gucken. Meisterwerk. Wie lange dauert das? Kriege ich da eine Info? Ich glaube nicht direkt. Inlandsberater. Stimmt, der gibt uns ja so viel Zufriedenheit. Ja, der Inlandsberater ist schon gut. Der gefällt mir. So, die Einheit ist noch untätig. Die darf sich quasi... Hier kann ich jetzt wirklich besser auswählen. Warten, bis man geheilt ist. Unfolle Kraft voraus. Berittende Männer mit langen Speeren preschen in vollem Galopp entlang. Pferd. Reiter. Oh nein. Stammes Ältester erklärt, dass die Reiter mit ihren Speeren auf einen kleinen, an einem Baum befestigten Ring ziehen. Sie fragen dich, ob du Pferde bereitstellen oder mit einem deiner beihilten Reiter am Wettstreit teilnehmen möchtest. Ja, sehr gerne sogar. Ich muss aber die Anfrage tatsächlich zurückstellen. Wann genau kommt denn jetzt wieder die Anfrage? Mit dem Speerkämpfer. Mission innerhalb einer Mission. Hier steht aber nicht, wann das kommt. Kommt das jetzt nächste Runde dann? Weil ich habe ja einen Speerkämpfer, den ich dir zur Verfügung stellen kann. Und hier brauche ich einen Reiter oder einen Pferd. Das haben wir schon alles geschafft, genau. So, wir sind weiterhin sehr weit vorne. Das sieht alles gut aus. Belgien ist auf den Fersen. Der Rest irrelevant. Ja, die Palmyra werden scheinbar auch vergessen werden. Das heißt, wir brauchen gar keinen großen Krieg gegen die führen. Die werden dann, wenn der Akt vorbei ist, sowieso vergessen werden. So, Freunde. Ich würde sagen, das war es mal wieder mit dieser Folge mit den Römern. Wir bereiten alles weitere für den großen Feldzug von Gaius Julius Caesar gegen Thailand vor. Ja, das ist mal alternative Geschichte. Wenn alles gut läuft, haben wir dann mindestens drei Bataillone. Wobei ich mir ja auch noch Gedanken muss, was Belagerungstruppen angeht. Dafür fehlen mir aber tatsächlich die Räder. Das ist natürlich noch ein großes Thema. Kann ich aber auch in Werkstätten dann herstellen. Und das wäre natürlich wichtiger als irgendwas anderes. Alles auf, ich sag mal, auf den Krieg ausgerichtet. Ja, ja, ja. Wir müssen hier dann dringend erstmal Räder herstellen. Das machen wir noch schnell. Dass ich das nicht vergesse. Tatsächlich werden wir hier noch fleißig mehrere Räder herstellen, bevor hier der ganze Rest kommt. Gut, das war es. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Geschichte findet, wie sie hier weiter voranscheidet. Und wie ihr denkt, wie der Krieg laufen wird. Was denkt ihr? Wie viele Einheiten hat Thailand? Wie fortschrittlich sind die? Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius. Wie geht's? Das kann prince, die Reagan und晚 wird Angst. Gut.